Unterwegs im Kanton Obwalden in den Zentralalpen. Blick ins Engelberger Tal, links oben das Spannort. In der Mitte hier der Titlis, die Bergwelt von Engelberg im Hintergrund. Weiter rechts, Richtung Gauligebiet, das Schreckhorn schaut hervor, die Wetterhorngruppe, Mönch und Eiger, rechts das Silberhorn, ein wunderschöner Vorwerk der Jungfrau. Und Tiefblick zum Saadener See. Die Vielfalt der Schweiz ist fantastisch. Wir sind bereits auf dem vierten Berg heute. Eine wunderschöne Gratwanderung hoch über dem Engelberger Tal. Besten Dank und allen guten Touren.